... Das ist ein Wettbewerb, das wir jetzt haben. Das Vorhaben ist, dass Sie das machen. Das macht Sie einfach mit über die Besatzlage. Das muss dann eine Entscheidung geben. Ich kann mal das noch ausarbeiten, dass ich mir viel wieder Gedanken habe. Was hat Vortrag? Was hat etwas Zeit? Aber wir haben hier zwei Personenwegern. Der Transporter, eine Person, und den Wickerweh eine Person, und auslaufende Kraftstoffe. Also er muss jetzt parallel hacken. Der Handwerksdruck, der ist dort ausgeschrieben, der muss als erstes um die Verletzten kümmern, beziehungsweise um die Fahrer. Richtig an, ist alles schick, alles gut, kann er laufen, und wird er nicht die ersten Maßnahmen einleiten. Jetzt kommt das zweite Löschfahrzeug. Das zweite Löschfahrzeug kommt, das auch noch den Rettungsrahmen ist. Nee, ja. Das kommt etwas länger von den anderen Sachen. Das zweite Löschfahrzeug, das zweite Löschfahrzeug, das zweite Löschfahrzeug, sprechen sich als erstes ab. Was wurde erfunden? Was sind vorratene Maßnahmen? Was sind die vorratene Maßnahmen? Was sind die vorratene Maßnahmen? Was müssen wir als erstes machen? Werden die auslaufenden Kraftstoffe gebunden, mit einem Sorg-Kerbisch verbinden, mit einem Sorg-Kerbisch verbinden, mit einem Sorg-Kerbisch verbinden, mit einem Sorg-Kerbisch verbinden. Der Niederkumpel, weil jetzt das Vensil entzündet. Geht da fast mal ein bisschen runter, dann kann er abhängen. Kommt da hoch. Wir versuchen natürlich auch, das Vensil so abzudenken, damit es nicht mehr entzündet werden kann. Und das ist ein bisschen Sorg-Kerbischof. Als zweifeliger Anleiter in der Hubs Die Rettungskraft ist vorbei und du sagst, dass ich den Rettungskraft bin, ich bin ein Rade, ich bin ein Rade, ich bin ein Rade, ich bin ein Rade. Der Rade ist wieder vorbei, ich sag einfach, dass ich den Rettungskraft bin, ich bin ein Rade. Die Rettungskraft sind aufgefahren und die Ad-Blocks. Entschuldigung. Die Rettungskraft sind aufgefahren. Jetzt bei den Einsetzungen werden die Rettungskraft und die Papier gestellt. Also ich frage mal die Rettungskraft nochmal bei der Leitstelle nachfragen, ob ihr ein Typ ist.